Was ist eigentlich ein Future? Und lohnt es sich, Futures in der privaten Geldanlage zu nutzen? Das klären wir in diesem Video. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute werden wir uns einmal anschauen, was Futures sind und ob sich Futures in der privaten Geldanlage lohnen. Wenn ihr euch bereits das Video angeschaut habt, was sind Derivate, habt ihr jetzt schon mal eine gute Idee darüber, wie Derivate im Allgemeinen funktionieren. Futures sind nämlich genau wie Optionen auch Derivate. Futures sind standardisierte, börsengehandelte Termingeschäfte. Wie das Wort Future oder Termingeschäft ja schon sagt, geht es um Geschäfte, die in der Zukunft stattfinden werden. Das ursprüngliche Ziel eines Future-Kontraktes ist es, sich einen Preis in der Zukunft abzusichern. Das werden wir uns gleich anhand eines Beispiels noch etwas genauer anschauen. Vorher möchte ich noch einmal kurz auf das Thema Börsengehandel zurückkommen. Das ist nämlich, was ein Future von einem sogenannten Forward unterscheidet. Häufig werden beide Produkte vermischt. Ein Future ist allerdings ein standardisiertes Produkt, das in der Börse gehandelt wird. In Deutschland ist das zum Beispiel die Eurex, die eine der größten Derivatebörsen überhaupt ist. An der Eurex könnt ihr überwiegend Futures und Optionen handeln. Forwards funktionieren ähnlich wie Futures, sind jedoch nicht standardisiert und nicht börsengehandelt. Das bedeutet, sie werden zwischen den einzelnen Parteien selbst ausgehandelt. Sie werden also OTC gehandelt, over the counter. Das bedeutet nichts anderes als nicht börsengehandelt. Kommen wir nun mal zurück zum Future. Um besser zu verstehen, was ein Future ist, schauen wir uns einmal die einzelnen Komponente eines Futures an und schauen uns das auch gleich mal anhand des Beispiels von gefrorenem Orangensaftkonzentrat an. Das ist ein Rohstoff, der klassischerweise als Future gehandelt wird. Wie bei allen Derivaten brauchen wir auch bei Futures einen Basiswert. Der Basiswert ist in diesem Fall das gefrorene Orangensaftkonzentrat. Da Future-Kontrakte standardisiert sind, wird auch ganz klar festgehalten, in welcher Qualität dieses Orangensaftkonzentrat geliefert werden muss. Hierzu wird die Qualitätsklasse, in diesem Fall Klasse A, und die Herkunft der Orangen, in diesem Fall zum Beispiel Florida oder Brasilien, festgeschrieben. Als zweites Element benötigen wir nun die Menge. Ein Future-Kontrakt hat immer eine festgeschriebene Menge. In diesem Fall sind es 15.000 Pfund gefrorene Orangensaftkonzentratmasse. Ist ein Orangensafthersteller jetzt zum Beispiel an der Preissicherung für 30.000 Pfund Orangensaftkonzentrat interessiert, müsste er in diesem Fall zwei Future-Kontrakte kaufen. Was dann bei einem Future noch benötigt wird, ist die minimale Preisveränderung. Bei einem Future-Kontrakt zum gefrorenen Orangensaftkonzentrat sind das 7,5 Dollar pro 15.000 Pfund. Beim DAX zum Beispiel sind es 25 Euro je Basispunkt. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Bleiben wir beim Beispiel vom DAX. Wenn der DAX zum Beispiel einen Punkt verliert, dann verliert ihr, wenn ihr ein Future-Kontrakt gekauft habt, 25 Euro. Wenn der DAX einen Punkt gewinnt, gewinnt ihr 25 Euro. Abschließend brauchen wir für ein Future-Kontrakt jetzt auch noch ein Ausführungsdatum. Das ist beim Orangensaftkonzentrat zum Beispiel ab Januar jeden zweiten Monat. Anders als bei der Option gibt es beim Future keine Prämie, die vorab bezahlt werden muss. Ein Future ist ein vollständig symmetrisches Derivat. Das bedeutet, wenn auf der einen Seite jemand Geld verliert, muss auf der anderen Seite jemand Geld gewinnen. Kommen wir zum besseren Verständnis noch einmal auf das Beispiel unseres Weizenbauers und der Keksfabrik zurück, das wir bereits im Derivate-Video und im Optionsvideo schon genutzt haben. Gehen wir auch hier wieder von dem vereinfachten Beispiel aus, dass die Keksfabrik einen Bedarf von 5 Tonnen Weizen hat und die Tonne Weizen gerne zu 200 Euro je Tonne kaufen würde. Gehen wir einmal davon aus, dass ein standardisierter Weizenkontrakt eine Tonne Weizen enthält, müsste die Keksfabrik jetzt fünf Future-Kontrakte über die Börse, wie zum Beispiel die Eurex, kaufen. Kommen wir nun auf unsere Keksfabrik zurück und überlegen, wer nun die Gegenpartei ist. Da es sich hier um einen standardisierten Kontrakt handelt, kann eigentlich jeder eine solche Gegenpartei über die Börse bilden. Die Keksfabrik muss also nicht direkt mit dem Bauern eine Vereinbarung treffen, sondern kann einfach einen Kontrakt über die Börse kaufen. Die Gegenpartei könnte dann zum Beispiel ein Spekulant sein, der dann zum Lieferzeitpunkt gucken muss, wo er die entsprechende Ware herbekommt. Hätte die Keksfabrik zum Beispiel direkt mit einem Bauern einen Deal machen wollen, hätte sie sich eine Option bedienen können oder eines Forwards. Jetzt, wo wir wissen, wie ein Future funktioniert, überlegen wir uns doch mal, ob es ein geeignetes Anlageinstrument für uns Privatanleger ist. Auf der einen Seite dienen Futures als Absicherungsgeschäfte für Unternehmen, die sich Preise für die Zukunft sichern möchten. Auf der anderen Seite werden Futures heutzutage überwiegend zum Spekulieren benutzt. Die Anzahl der Futures und der Kontrakte, die gehandelt werden, übersteigen um ein mehrfaches das Volumen, das es überhaupt an Rohstoffen gibt. Es gibt also mehr Derivate auf die Basiswerte, als es tatsächliche Basiswerte gibt. Trotzdem haben Futures interessante Merkmale, die auch für uns langfristige Anleger, also nicht Spekulanten oder Trader, interessant sein können. Der Nachteil für Privatanleger, die in Rohstoffe investieren wollen, ist, dass es meistens sehr schwierig ist, überhaupt an diese Rohstoffe heranzukommen oder diese überhaupt zu lagern. Die Ausnahme sind Edelmetalle. Natürlich könnt ihr euch Gold kaufen und das in den Safe legen, aber wie sieht es mit 15.000 Pfund gefrorenem Orangensaftkonzentrat aus? Da Rohstoff Futures naturgemäß den Preis des Basiswertes, also der Rohstoffe, sehr gut abbilden, ist es also ein interessantes Anlageinstrument und eine interessante Beimischung, wenn auch nur in einem kleinen Teil, in eure persönliche Asset Allocation. Wenn ihr euch für das Thema langfristiges Investieren in Rohstoff Futures interessiert und das auch gerne in euer Portfolio mit einnehmen wollt, lasst uns doch einen Kommentar da und lasst es wissen, dann produzieren wir euch gerne ein Video, was auch in unsere Reihe zum passiven Investieren passen würde. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr euch einen Daumen hoch gibt, wenn euch das Video gefallen hat und wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Wir wollen dir helfen, deine Finanzen selbst im Griff zu haben und unabhängig von Beratern Entscheidungen treffen zu können. Jede Woche laden wir neue Videos hoch, abonniere unseren Kanal, um keines mehr zu verpassen und folge uns auch auf unseren anderen Social Media Kanälen. Bis zum nächsten Mal.